CD Projekt Red wurde 2002 gegründet und ist einer der renommiertesten Entwickler und Herausgeber von Videospielen weltweit. Derzeit arbeiten über 650 Branchenprofis für das polnische Unternehmen. CD Projekt Red hat sich sowohl durch seine kreativen und innovativen Angebote als auch durch seine vorbildlichen und fairen Geschäftspraktiken eine große Fangemeinde aufgebaut. Und nicht zuletzt schätzen Spieler aus aller Welt die daraus hervorgegangene Vertriebsplattform GOG, auf der die Spiele ohne restriktiven Kopierschutz zum Download angeboten werden. Derzeit kümmern wir uns in Warschau um rund 900 Arbeitsplätze. Weitere Clients betreuen wir in Krakau, Breslau sowie in unseren Niederlassungen in China, Korea und den USA. Eine der größten Herausforderungen in unserem Studio ist das gleichzeitige Aufspielen identischer Software mit genau der gleichen Version auf vielen verschiedenen Clients. Um die Produktion nicht zu unterbrechen, müssen wir in kürzester Zeit massive Softwareänderungen durchführen können. Ohne Automatisierung wäre das nahezu unmöglich. CD Projekt Red entwickelt und veröffentlicht Videospiele für alle wichtigen Spieleplattformen. Die Firma ist vor allem bekannt für ihre preisgekrönte Spiele-Serie, The Witcher, sowie das neue und lang erwartete Projekt Cyberpunk 2077. Wir haben uns sehr darüber gefreut, einen aufstrebenden Star wie CD Projekt Red unterstützen zu dürfen. Als erstes haben wir uns daran gemacht, die Bedürfnisse unseres neuen Kunden festzustellen. Uns wurde schnell klar, dass CD Projekt am meisten von unseren BMS-Modulen Patch Management und Deploy profitieren würde. Und Baramundi Automate war die ausgezeichnete und genau passende Ergänzung. Mit der sehr einfach bedienbaren Drag-and-Drop-Schnittstelle kann man fast jeden Prozess automatisieren, den man manuell auf einem PC ausführen kann. Die Baramundi Management Suite sorgt für die Automatisierung von Routineaufgaben an allen Endgeräten. Mit Baramundi Vulnerability Management, Managed Software und Patch Management kann man bekannte Schwachstellen zuverlässig sofort erkennen und beseitigen. Wir arbeiten hart daran, Spiele mit höchster Qualität zu liefern. Deshalb halten wir immer Ausschau nach verbesserten Lösungen, damit unsere Entwickler ein optimales Arbeitsumfeld haben. Mit Baramundi Automate können wir automatisierte Installationen planen und umsetzen, wie zum Beispiel individuelle, positionspezifische Software. Und das ohne den Workflow unserer Anwender zu stören. Die Baramundi Management Suite ist eine modulare, leistungsstarke und flexible Unified Endpoint-Management-Software. Mit der BMS kann die eigene IT-Landschaft ganz einfach verwaltet werden. Egal, ob es sich um ein kleines Unternehmen oder das Netzwerk eines globalen Großunternehmens handelt. Die Zusammenarbeit mit Baramundi war sehr entspannt. Die grundlegende Implementierung hat nur vier Tage gedauert. Wir haben das System in Betrieb genommen und seitdem funktioniert alles einwandfrei und ohne Unterbrechungen. Das Beste daran war, für unsere Endanwender gab es keine spürbaren Ausfallzeiten, weil sie von den notwendigen Neustarts der Konfiguration nicht betroffen waren. Insgesamt hat uns Baramundi sehr bei der Optimierung unserer Prozesse geholfen. Mit dem Wachstum von CD Projekt Red wachsen auch die Herausforderungen für die IT-Administratoren. Dank der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Baramundi ist das jedoch nichts, was nicht zu schaffen wäre. Aktuell befassen wir uns mit dem Rollout der neuen Visual Studio Version für alle Programmierer. Und das an einem einzigen Wochenende. Dank der BMS haben wir aber trotzdem genügend Zeit, um unsere ganze, schon installierte Software zu patchen. Das war's für alle Programmierer. Vielen Dank.